Hallihallo zu einem neuen Video von Blossom Nail Couture. Ich trage euch heute die ersten acht Farben der insgesamt 16 Farben, die neu kommen, auf. Diese Farben trage ich euch auf, weil sie die nächsten Tage eintrudeln und natürlich dann im Shop erhältlich sind und ihr sollt natürlich wie immer nicht die Katze im Sack kaufen. Das heißt ich habe mir hier schon wieder einen transparenten Tipp bereit gelegt und jetzt tragen wir mal nacheinander die tollen Farben auf. Wer Interesse noch so an Insider-Infos hat, zum Beispiel hatte ich letztens ein Video gepostet, wie unsere Tiegel maschinell belabelt werden, damit ihr das mal seht. Wir nehmen ja immer sehr viele ab und dementsprechend passiert das natürlich alles maschinell. Ja, der kann sich das gerne mal anschauen und in unsere Facebook-Gruppe kommen und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei unserem neuen Video. Blossom T Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020